Hallo Freunde! Hallo Freunde! Und herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Video. Diesmal der nächste Part von Visage. Ja, ich polier dir die Visage. Ja, Mann. Alter, das Spiel hat so Rätsel drauf. Könnt ihr nicht mal meine Oma lösen? Alter! Stark! Aber die Oma wird uns erlösen. Lösen! Ah ja, nice. Freunde, wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst jetzt schon mal den Daumen nach oben da. Also, wir sind hier stehen geblieben, waren im Kinderzimmer, haben den Arsch vom Bär angeschaut. Und jetzt müssen wir... Aber bis jetzt geht's, Alter. Ja, ja, das sagst du. Ich hab jetzt mit was viel Schlimmerem gerechnet. Wieso sind hier Blutspuren? Den interessiert's, da passiert eh nichts. Ja, aha. Beugen wir den Blut mal. Was sagst du so lange? Das ist immer ne gute Idee. Alter Mann. Wahrscheinlich führt das in unseren Raum. Wahrscheinlich. Jupp. Alter, was ist das denn? Das sind doch Gedärmen. Wieso sieht der Raum so anders aus? Interagieren, geil. Nee, Digga. Er seilt sich jetzt ab an dem Gedärmen, Digga. An dem Gedärmen, Digga. Okay, alles klar, Digga. Oh Mann, oh nee. Och nee. Oh, sowas feier ich mal. Ja, Mann. Ja, Mann. Och nee. Jetzt grabbt uns bestimmt jemand oder so. Doch, raus, läuft jemand. Spiel du weiter. Nein. Ich kann das nicht. Let's go, let's go. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Scheiße, Mann. Wo lang soll ich leeren? Der ging da links lang, aber da geht's ja gar nicht. Du kannst dich da unten durchducken, oder? Jupp. Och scheiße. Alter, nice. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Bro, jetzt bin ich drin, Alter. Oh, wie schlimm. Alles klar. Oh, ein Spiegelraum. Da kann ja bestimmt nichts passieren. Die gehen bestimmt nicht kaputt oder so. Oder? Was ist in der Mitte? Warum sind wir jetzt im Spotlight? Da war jemand im Spiegel? Hast du es gesehen? Da war jemand. Hinter uns, ja. Ah, hinter uns? Jetzt nicht mehr. Das ist ein Arsch. Den hat man doch hinter uns gesehen. Scheiße. Was sind das für Geräusche, Mann? Scheiße. Oh, Digga. Irgendwas muss doch jetzt passieren. Ja, ja. Aha, da hängt jemand. Fuck. Scheiße, Mann. Okay. 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 Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Und jetzt? Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Boah, geil, Alter. Der kam doch näher gerade, oder? Wer denn? Der? Das ist ein Junge. Nee, okay. Okay. Keine Angst, Leon. Ich bin immer bei dir. Einen Junge und einer, der da hängt. Schau einfach nur in die Spiegel. Jetzt kriegen wir gleich den Jumpscare. Achtung. Ich will das nicht. Jetzt. Ich will das nicht. Jetzt. Komm, du spiegelt das Spiegel. Du bist jetzt dran. Ein Spiegel. Und ich ein Spiegel. Aber du hast genau da gewartet, wo der Spiegel ist, wo sie hängt, oder? Okay, weiter. Okay, du ein Spiegel. Und du ein Spiegel. Und jetzt bin ich. Und jetzt bist du auch. Der nächste Spiegel ist nämlich. Und jetzt. Ja? Okay, alles klar. Jo, alles klar, Mann. Und jetzt bin ich wieder dran. Okay, jetzt bist du wieder. Aber wir drehen uns nur im Kreis. 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 Mach weiter. Ich glaube, wir müssen... Okay, wenn du meinst, dann drehen wir uns halt weiter im Kreis. Ich dachte, wir müssen irgendwas... Hallo? Wir machen so, warum müssen wir wieder diesen Jungen sehen? Jetzt bin ich dran. Okay. Und dann beobachten wir ihn. Du glaubst, wir müssen da was beobachten, oder? Ich glaube, wir müssen in die Richtung laufen von dem Jungen. Also gegenüber im Prinzip. Weißt du, was ich meine? Dass wir in die andere Richtung laufen. Den Spiegel entgegen. Lol. Ohne Witz. Okay, du bist dran. Denk ich mal, oder? Der, der, der den Spiegel bekommt, muss das machen. Ach, scheiße. Scheiße! Wieso bin ich das? Ich kann das nicht. Dreh dich um. Ich kann das nicht. Dreh dich um und lauf dahin. Ich kann das nicht. Dreh dich um und lauf dahin. Du kannst es, Mann! Ich beobachte ihn jetzt. Doch, doch. Der Chat sagt, ich soll beobachten. Einzel-Chapter Leon sich umdrehen soll und dahin laufen soll. Ich beobachte. Ich beobachte. Ich beobachte einfach nur. Ah, alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Er ist weg. Wieso ist sie weg? Oh, was? Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Okay! 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 Alter, hab ich noch nie in einem Spiel, hab ich mich noch nie in einem ... Ich kann nicht mehr reden! So stark hab ich mich noch nie erschrocken in einem Spiel. Alter, Digga. Boah, Scheiße! Damit hab ich gar nicht gerechnet! Mein Herz! Ah, Beine gebrochen! Stimmt eigentlich, ey. Jesus, hilf mir! Wieso leben wir, wenn wir so ... Wieso ist da Blut überall? Da war ... Da war doch ... Oh, Wacken, Scheiße! Was ist das? Scheiße, 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 Scheiße! Oh, ja! Der Stream wird gleich gesperrt wegen ... Wir sind in unserem Raum. Der ... Da, wo wir gestartet sind, oder was? Ja, genau, aber der ... Doch, doch! Echt? Okay, da war ... Ist alles gut, Leon? Nee, sind wir nicht, mein Freund. Wieso ist alles schräg? Ist auch alles gut? Das hab ich gefragt. Gar nichts ... Es ist nicht ... Es ist alles ... Nichts ist gut. Na, okay. Gar nichts gut. Wenn's zu hart wird, dann sag Bescheid. Ich mag die Bilder nicht. Wieder diese Frau. Ich mag die Bilder ... Wieso ist da ein Spiel ... Ich will das nicht! Ich will das nicht! Du machst ja gar nichts! Warum ist das so krank? So, wir haben's geschafft, Bro. Wir sind wieder da. Du machst ja gar nichts. Jetzt sind wir wieder hier. Digga ... What the fuck, Digga? Jetzt sind wir wieder hier. Das meinte die Oma vorhin mit dem ... Äh ... Im Haus ... Ja? Das andere Haus. Mit dem ... Wir brauchen ... Wir brauchen wahrscheinlich irgendwann so ein Code von diesen ... Fünf ... Fünf ... Äh ... Verstanden. Ja, 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 ja ... Ich kann nicht mal mehr denken. Aber wir gehen jetzt wieder in die normale Welt? Oder wollen wir hierbleiben? Wenn du gleich nichts mehr hörst ... Wenn du gleich nichts mehr hörst ... Ja, dann komm ich rüber. Dann bin ich umgekippt. Dann schau nach mir im Real Life, bitte. Bro, chill. Das ist nur ein Spiel. Nur ... Wieso ist die Tür ... Jetzt die Tür ist offen! Alarm! 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 Das ist die Garage. Das ist die Garage. Ich hieß es doch vorhin oder so. Alles klar, Digga. Ich will das alles nicht mehr ... Unser Auto wird geklauft. Wir müssen sofort handeln. Ah, doch. Das ist unten, ja. Aber wir haben den Schlüssel dafür. Du brauchst den Garagenschlüssel. Der Schlüssel nicht. Wahrscheinlich müssen wir durch die offene Tür durch ... Geh nochmal zurück. Ja? Geh nochmal. Hier? Da lang, da lang. Da geht's safe weiter, ja. Also durch die Tür jetzt gleich links. Weil da konnten wir vorhin nicht durch. Ah. Hier konnten wir nicht durch. Eben. Ja, als ob er es nicht gecheckt hat. Dafür brauche ich dich doch, Digga. Dann, dann, dann ... Ja. Da war was, was du offen ... Was meinst du, warum ich nur auf den Chat gucke? Ja, weil du so dumm bist. Ah, Alter. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt spielst du weiter. Was war's mit dem Stream, Freunde? Spiel? Ich bin ja zu dumm. Ne, ich find's gut. Du hast den Mumm, aber ich hab das Gehirn. Ein bisschen zumindest. Aber der Mumm ist viel wichtiger. War nicht viel, aber ... Ist es das? Sonst würde ja gar nichts passieren. Ich glaub, das würde noch weniger passieren, wenn du die ganze Zeit im Kreis läufst sonst. Ich will hier rein. Ich will hier rein. Das ist die Tür. Die erinnert mich an das andere Spiel, Digga. Oh Mann. Oh Mann. Wieso sind da auch Ketten dran? Ach, das ist die andere Seite, oder? Stimmt. Da waren wir schon mal. Ne, das ist nicht die andere Seite. Das kann gar nicht sein, weil das ist viel weiter weg. Und jetzt? Glaub ich zumindest. Jetzt such nach irgendwas, was du ... Okay, was wolltest du sagen? Schau mal, ob du in irgendwelche Türen rein kannst, ja. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Ja, hallo. Hier können Kerzen aufgestellt werden. Wir müssen irgendwo den Schlüssel ... Scheiße, was passiert jetzt? Scheiße, was passiert jetzt? Jetzt haben wir eine Katze. Ah! Da ist seine Hose. Ah, und da ist auch der Garagenschlüssel. Da stimmt seine Hose, wo er den Schlüssel holen kann, ja. Werden wir jetzt reingezogen? Nein, nein. Alter, ich hab keine ... Ich kann das alles nicht. Ja, ja. Waschmaschinen leben länger. Er hat den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel gehört. Alter, jetzt wird's brutal, ja. Alter. Garagenschlüssel, okay. Perfekt, Alter. Nehmen wir den? Jetzt gehen wir zurück. Ja. Hast du ihn in den Winterhaus? Ja. Ne, da ist er. Okay, let's go. Jetzt gehen wir zur Garage. Ja. Und öffnen die Tür, oder? Hier lang, gell? Also hier, ja. Und dann links runter. Da wo das ... Okay, okay. Easy, weiter geht's. Wer klaut mein Auto, hä? Ich hab lange dafür gearbeitet. Glaubt ihr, ich lass mich einfach so beklauen? Alter, scheiße, ja. Da ist ... Da wird irgendwas zerstört. Da ist ein ... Basi. Ist das ein Basi? Kannst du das Auto abschalten, wenn du zum Auto gehst? Alter, das ist ein ... Das ist ein ... Mercedes. Eldorado, oder nicht? Ah, ist das ein Mercedes? Genau. Das sieht aus wie so ein ... Ja, das ist ... Alter, so ein Auto hätte ich gern, aber nicht so kaputt. Ich mach mal kurz das Ding da weg, Leon. Ja, gute Idee, Mann. Jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Das ist ein Hammer, Digga. Alter. Hä, das macht gar keinen Sinn. Die Lücke ist viel zu klein dafür, dass er da durchkommen wäre. Das heißt, jemand saß da drin. Nimm ihn raus! Nimm ihn! Nimm ihn! Nimm ihn! Nimm ihn! Du sprichst. Okay, alles klar, Digga. Interagieren. Was können wir denn jetzt verwenden? Also. Bisschen aus der linken Quantitä... Bro, wir werden richtig drauf gehen. Scheiße. Scheiße. Können wir mit dem Auto weg fahren? Können wir ... Können wir irgendw ... Scheiße, Mann... Scheiße, Mann. Ja, mach's aus, mach's aus, genau Okay Ich versteck mich da unten Jetzt passiert was Scheiße, Mann Nein, da kann nichts passieren Das sagst du ja Mach einfach die Tür zu unten, let's go, wir gehen Okay Jetzt sitzt jemand auf der Rückbank Oh, das gefällt mir nicht, ja eben Was kann man hier noch machen? Oh, scheiße Okay Wofür haben wir ein Ham Das Spiel konnte nicht automatisch gespeichert werden Was ist das? Das heißt, man will speichern Weil jetzt gleich was passiert Ich speichere mal zur Sicherheit Okay, ja, das ist eine gute Idee Wie kann ich hier raus? Okay Ich dachte schon, du hättest verbuggt Was kann man Wieso haben wir jetzt einen Hammer? Was kann man mit dem Hammer machen? Man muss mit beiden Händen greifen, um zu verwenden Wahrscheinlich müssen wir uns nicht wehren Was höre ich hier? Aha, aha, ja, ja Oh, da will ich Nee, da hoch gehen wir nicht, oder? Ja, da gehen wir jetzt hoch Da gehen wir nicht hoch Da gehen wir noch nicht hoch Da gehen wir noch nicht hoch Ja Du kannst keine Zwei-Hands-Gegenstände lagern Aha Ich glaube, du musst erst den Hammer fallen lassen Ja Dann die Pillen nehmen Oder einfach die Pillen fallen lassen Oder geht auch Ja, wenn du Nicht brauchen Jetzt sind beide ausgetauscht Wie machen wir das nochmal? Reinklicken, einfach in ein leeres Feld Ah Und jetzt nochmal ein leeres Feld Ah, okay Und dann den Hammer nehmen Du kannst damit also auch Okay, alles klar Ja, was kann ich damit? Jo, alles klar Dein Verstand nimmt rapide ab Komm mal her, Mann, ich bin stark Okay Was? Ja, sie schreit, sie schreit Was, ja? Du musst Pillen nehmen, du musst Pillen nehmen Du musst Pillen nehmen Ich will meinen Hammer Okay Ich hab meinen Hammer Wenn wir jetzt gleich Wieso solltest du dein Auto damit schlagen? Warte, waren da nicht Spiegel in den Gängen? Welche Gänge? Alter Da waren doch Spiegel in den Gängen Da hingen doch Spiegel Wo wir nichts gesehen haben Wenn du jetzt nochmal da hoch gehst Hoch gehen? Hörst du mir zu, oder? Ja, 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 ja Soll ich jetzt da hoch, oder? Nein, nein, auf der anderen Seite Nicht da hoch Also wieder hier? Wieder zurück Verstanden Da hingen doch Spiegel an den Wänden Wo wir nichts gesehen haben Die da? Da zum Beispiel Okay Ja, kannst du da mit dem Hammer drauf schlagen? Ich probier's Boah, wollen wir's echt probieren? Ja Ja, kannst du Scheiße, okay Und da geht's rein Fuck Krank, Alter Krankes Spiel Junge, woher wusstest du das? Oh Mann Du bist einfach das Gehirn Ja Aber wo sind wir jetzt hier? Oh nee Oh nee Oh Ich mag das nicht Was soll passieren? Was soll passieren? Das ist dunkel hier Das ist dunkel hier Das ist nicht gut Das ist nicht gut Okay Aber wir müssen hier lang, oder? Hier ist nix Hier ist doch nix, oder? True, true Hier ist gar nichts Ich geh einfach zurück Okay Da sind verschiedene Uhrzeiten Ich check's nicht, Digga Anderer Spiegel Ja War da links was? Nee Doch Da wurde was rausgeworfen, oder? Was ist da auf dem Boden? Kippen Das ist Kippen? Das ist ein Aschenbücher Von hier kam Da waren wir schon mal drin Scheiße, das Licht ging grad aus Okay Wohin jetzt, Leon? Schau mal, ob es da oben links noch einen Spiegel gab Hier, genau Hoch Und dann auf der rechten Oh, scheiße Okay, geh da nicht hin Lass es Oder so, ja War nicht auf der rechten Seite hier ein Spiegel? Nee Okay, jetzt war die Puppe Dann lass es zurück Da kommst du nicht rein Können wir eine ganz kurze Pause machen? Warum? Ja, ja klar Ja, klar Okay Ich scheiß mich hier ein bei dem Spiel Wieso ist das schon wieder aus? Es gibt kein Pausending Dann speicher's Speicher's Oder Safe Raum Da ist ein Spiegel Da ist ein Spiegel Scheiße Okay, ich mach jetzt so und warte Hallo Da bist du ja Digga, ich hab mir schon Sorgen gemacht Du hast übelst lang gebraucht Hast du in die Hosen geschissen? Der Gang Ja, hab ich Nein Ich wollte es wieder sehen Wie du wieder am Gang Entlang Ja, ja Das Licht war aus dem Gang Und ich hab ein bisschen gebraucht Auf Toilette Und da waren auch Spiegel Verstehst du jetzt, was ich meine? Deswegen bei diesen Camera-Court-Videos Genau dasselbe Feeling Nachts draußen rumlaufen Und das Gefühl haben Jemand verfolgt dich Ja Hab ich eh immer Nach unseren Sessions Wollen wir den Spiegel hier zerstören? Den müssen wir zerstören, Leon Den müssen wir zerstören Bist du ready? Nee, eigentlich nicht Aber mach's Okay, ich bin ready Alles klar, Digga Was ist das denn? Das ist mein Magen Das ist ein Baby Das ist ein Baby dran Alter Ich mach's kaputt Das Baby hält eine Kugel in der Hand Möchtest du die haben? Ja Fuck, Mann Ja Also ganz trocken, Alter Jupp Die hätte ich gern Jetzt schlag aufs Baby ein, Mann Mit dem Hammer Okay Wo sind wir hier, Digga? Okay, und jetzt? Hast du gerade ein Geräusch gemacht? Ja, das Baby Hast du Ich hab gar nicht drauf geachtet Was in der Glaskugel ist Das ist einfach eine riesige Nabelschnur Das ist ein wichtiger Gegenstand Ist da Hat man da irgendwas Da hat man irgendwas drin gesehen, ne? Ja, ja Aber ich konnte es nicht erahnen Oder so Ja, untersuchen mit E Okay Okay, was kann das Alter, was soll das sein? Verstehst du es? Okay Nicht ganz Ups Warte, ich mach nochmal Das sah aus wie so Von Diese Figuren aus dem Schrank So ein bisschen Das ist auf einer Seite offen, glaube ich Zumindest, ne? So sieht's aus Da, wo wir gerade reinschauen Ist offen Stimmt Sieht aus wie so Ein halbes Herz oder so Kann das sein? Krank Könnte sein Oder ein halber Döner Alter, ja Jetzt einen halben Döner Oder einen ganzen Hey, lass meinen Hammer Ja, der wollte Du hast ihm die Kugel geklaut Der wollte deinen Hammer klauen Vielleicht stellt uns das einfach so raus Okay Scheinbar Aber das ist jetzt alles offen halt, ne? Das macht mir ein bisschen Sorge Jetzt suchen wir weiter nach Spiegeln Die wir zerstören können Ja Okay Oh, ich dachte gerade Die Puppe bewegt sich da Okay, hier haben wir Schon die Spiegel Alter, das feiere ich am meisten Das war das erste Das feiere ich gar nicht, Digga Den haben wir auch zerstört Da war nix Wollen wir in dem Raum kurz schauen, ob da Spiegel sind? Hier? Ich habe gerade gar nicht gecheckt, wo du bist Aber ja, den Raum meine ich Du bist einfach nur schräg gelaufen, bist Okay, okay, alles klar Alles klar Achtung, falls jemand epileptische Anfälle hat Nicht hingucken Da sind auch irgendwie Blutspuren Oh, scheiße, die habe ich gar nicht gesehen, Digga Ich habe ein Hammer, Mann Du musst das beiden Händen angreifen, um es zu verwenden Ja, ja, ich gehe raus Da wird nix passieren Mach die Tür bitte wieder zu, bitte Mach die Tür bitte wieder zu Da müssen wir doch was machen Ah, Schluss mit dem Spuk Alter, es ist laut, Digga Ja, Mann Okay, easy, easy Ja, Mann Easy Ja, Mann Sind hier irgendwo Spiegel? Oh, Mann Oh, Mann Wieso springten die uns an Oder der, oder das? Alter, Digga Schluss mit dem Spuk, Freunde Okay, das war schon mal nicht Also Vielleicht ist da ja was drin Was wir verwenden können Und der beschützt es Meinst du da? Okay, gehen wir nochmal rein Jo, echt willst du? Ja, war jetzt der Spuk vorbei Jetzt ist normal aus wieder Nee Alter, Bo-Lax Bo-Lax Mit dem Code Sascha Leer Das Produkt, das du kriegst jetzt 20% mehr Ja, Mann Okay Jetzt rechts lang Okay Wir müssen einen Spiegel finden Da ist nichts mehr drin, oder? Da hatten wir den ersten Spiegel gefunden Stimmt Gefunden Ist in der Garage ein Spiegel? Nee Da war keiner Oh, da ist einer Da ist einer Aber Hä? Oh, Scheiße Okay, Digga Scheiße, Mann Nee Oh, nein Scheiße, Mann Jupp Hallo Alter, wie geil Alter, was? Junge Ist ja wie eine Achterbahn Ich will dich mal so durch sowas langlaufen Ja, alles klar, Digga Ich glaub Weißt du, was gruselig ist? Wie komisch das wirkt Mal im Wald ganz alleine rumlaufen Ich kann rennen Ja Okay, ich renne schneller Könntest du sonst nicht rennen? Konntest du sonst nie rennen? Nee, aber irgendwie fühlt sich das noch schneller an als Okay Als ob wir verfolgt werden, Digga Alter, Mann Hä? Wie macht das Sinn von der Es macht ja keinen Sinn, Gravity-mäßig Ach du Ach du Jetzt wird's schlimm Scheiße Scheiße Jetzt wird's schlimm Jetzt wird's richtig schlimm Scheiße Freunde Kinderspielzeuge Habt keine Angst Oh, nein Wir sind da Unsere Wir dürfen nicht ins Dunkle eigentlich Ich geh aber trotzdem hin Weil ich bin ein Mann Ich aber nicht Was? Ich seh gar nichts, Digga Ja, ich seh auch gar nichts Das Licht ist ange... Ist das Licht ange... Ah, nee Okay Gibt's hier irgendwo einen Lichtschalter? Kerze, wir könnten eine Kerze... Ja, jetzt kann ich mir nicht... War da was? War da was? Panama Das kann doch nicht richtig sein Verschlossen Schlüssel zum Stromraum Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt Wir sind grad ein... Hä? Warte mal WTF? Hä? Was ist grad geschehen? Ah, ich glaub, das ist gar keine durchgängige Wand, kann das sein? Leon? Jupp Jupp Ah, hier Ich mag das nicht, ich mag das nicht Wo sind wir? Kein Plan, ich seh's nicht Auch nicht Hier Ah, wir sind in einer Waschding Ihr müsstet nicht durch den Spiegel, sondern in die Garage Das Problem ist, wir kommen nicht mehr raus Ist verbuggt, haben wir wieder ein Spiel verbuggt Außer wir nehmen den letzten Spielstand Wo war die Garage hier, gell? Da, ja Jetzt haben wir aber auch nicht das getriggert mit der... Mit der? Die uns angesprungen hat, ne? Stimmt, sollen wir's schnell triggern? Aber nee, 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 geh weiter, geh weiter, alles gut Oh! Was? Alles gut, Digga Alter, alles gut, alles gut, sagste Alles gut Oh, da kommt was, da kommt was Oh! Oh! Oh, Digga, was? Wir sind tot, oder? Hat die Messer, oder? Ja, die hat Messer, die sticht uns ab Alter, Digga, wie krank Bro, das waren die von oben Du bist jetzt dem Untergang geweiht Was? Nochmal, nochmal Alter, was war das? Ich weiß es nicht, man Das war... Weißt du, wie die aussah? Ist es die Frau, die angerufen hat? Das war... Wie sah die aus? Das war... Die sah so aus wie die Kannst du dich noch erinnern Als wir in die Garage gegangen sind Wo oben so eine rumgeschrien hat Und ich bin hingegangen Ja, ja, ja Genau so sah die aus Aber wenn wir das gleiche jetzt machen Dann wird doch das gleiche passieren Ja, wir müssen uns anscheinend beeilen, Leon Warte, ich glaube unser Gehirn ist einfach zu, zu krank Glaubst du? Guck mal, rote Umrandung, ja? Dann lass mal ein Ding gehen Wir brauchen die Pillen, wir haben doch noch Pillen Irgendwie Musik, Digga Ja, lass mal Pillen nehmen, bis es wieder normal ist Okay, nimm mal noch eine Das ist doch schon normal Echtes Gehirn? Ist es normal? Okay Doppelt hält besser Ne, jetzt ist es weg, oder? Ah, ne, ist immer noch da Aber weniger Noch eine? Ne, ne, passt schon Okay Hammer nehmen wir mit Let's go Okay Jetzt mal gucken Ob die kommen Jetzt die Frage... Jetzt gehen wir wieder in die Garage, oder? Oder sollen wir das andere triggern, was wir zuerst gesehen hatten? Das können wir auch kurz triggern, wenn du willst Ne, lass in die Garage Lass in die Garage Lass es uns probieren Ob das was ausmacht oder Also ob es daran lag, will ich wissen Oder ob die so oder so kommt Jo Jetzt sie runter, gell? Da ist sie, da ist sie Da ist sie Hey Kleiner, was ist los, Mann? Hey! Komm doch! Wir werden verrückt, wir werden verrückt, wir werden verrückt Ja, aber die kommt doch uns nach wahrscheinlich Wahrscheinlich müssen wir zu ihr hin Und jetzt? Und jetzt? Keine Ahnung Keine Ahnung Da ist sie, da ist sie, Digga Sie ist da, sie steht einfach da, Bro Ich seh sie, ich seh sie Jetzt Da geht's nicht weiter, das ist ein Gitter Werkbank, wo ist die Werkbank? Nimm ne Pille, nimm ne Pille oder nicht? Okay Wieso, wieso die Werkbank? Weil das gesagt wurde im Chat Achso, okay Wir sollen Jetzt An der Werkbank die Glaskugel kaputt machen Okay Okay, ist sie noch da jetzt? Ja, sie ist noch da Jo, die steht noch da Die Glaskugel kaputt machen Wichtigen Gegenstand verwenden Wahrscheinlich bei dem Ding da rechts, oder? Hier bei dem Bei dem Schraubstock? Ja, bei dem Schraubstock Ne Da, ein Hammer Oh, gute Frage, Digga Wollen wir den nehmen? Ne Ah Aha Also doch Wieso lachst du mich aus? Weil du nicht weißt, wie das heißt Achso, ja Mach gar keinen Sinn, dass du reinpasst, Leute Okay Zerquetschen wir's Jetzt zerdrück's Los! Jaaaah Jaaaah Okay, was ist da drin? Wir werden verrückter gerade Wir sollten langsam überlegen, Pillen zu nehmen Das ist jetzt nutzlos Nutzlos Sie steht immer noch da, Digga Sie steht immer noch da Ja Ich nehm den Hammer und hau ab Okay? Okay? Ja Okay Ich kenne noch einen Plan Das Problem ist, sie steht wahrscheinlich nicht mehr hier Okay Wo jetzt? Was jetzt? Keine Ahnung Was würdest du jetzt machen? Ich würde jetzt nach Hause gehen Ich würde mich ins Bett legen Abschließen Jetzt nehmen wir mehr davon Was machen wir jetzt? Was ist das für ein Ding, was wir da haben? Das ist jetzt nutzlos hieß es, ne? Ja Was, was stellt es denn da jetzt? Können wir uns das eigentlich mal anschauen Stimmt Ein Döner Ich, ich, ich Nee Alter, was ist da drin? Sieht aus wie so ne Maske Keine Ahnung Wie so Zeichnungen, ja Lol Ja? Da war wirklich was drin, oder? Ne Karte Oder was? Oder hast du da grad was rausgeholt? Ja, oder? Ne? Ich hab's einfach so weggelegt Ach, das ist das Ding Ach, das sieht nur wie ne Karte aus Wir könnten auch lesen Unten rechts lesen Ah, ja Ah, okay, Uhren Drei Uhren Die waren dort, die waren dort Ähm Fenster Ein Schloss mit Türen, oder so Da unten sind so zwei Wollen wir mal in den Raum gehen, wo die drei verschiedenen Uhren waren? Oh, war das Leon? Vielleicht können wir die umstellen Geradeaus Nein, rechts Dann links Ne, rechts Hier den Spiegel rein Hier, nein, hier, ja Da sind die drei Uhren Vielleicht können wir die umstellen So, das ist Das ist Oh ja Ja, Mann Das ist Ups Jetzt schlägt erst mal die Uhren kaputt Das ist so aussieht wie auf dem Ähm Wie auf dem Bild Dings auf dem Bild, ja Lesen Okay Also, linke Uhr Sechs Uhr, drei Uhr dreißig Sechs Uhr Okay Sechs Uhr und drei Uhr dreißig und Halb eins Ja Also Ja Ups Sechs Uhr Uhr geht kaputt, Spiel beendet Sechs Uhr Drei Uhr dreißig Drei Uhr dreißig Drei Uhr dreißig Drei Uhr dreißig Ups, jetzt können wir die Scheiße, jetzt musst du nochmal Okay Drei Uhr dreißig Und was war das andere? Halb? Halb eins Halb eins Zwölf Uhr dreißig Weißig Ja Es hat sich was geöffnet Die Tür, die hier zu war Oder? War hier nicht irgendwo ne Tür? War hier ne Tür? Kann sein Oh Dicke Irgendwas, irgendeine Tür hat sich doch grad geöffnet Ja, ja Also irgendein Schloss Ja Willst du mal speichern? Ja, können Warte, speichern vielleicht nicht während wir hier im Im Sprung oder so sind Komm zu spät Also, okay Alles klar Alles klar Oh Dicke Vielleicht war es keine gute Idee mit dem Speichern Keine Angst, es war nur der Blitz Okay Alles gut Mann Es war nur der Blitz Okay Okay Nur der Blitz, ja Was jetzt? Und jetzt? Es hat sich irgendwas geöffnet, ne? Ja Mhm Wir haben es gehört, das heißt es muss irgendwo in der Nähe sein In der Nähe sein Wolltest du vielleicht doch hier? Wenn du magst, schau nochmal Irgendwas passiert, irgendwas passiert Wir werden verrückt Wir werden verrückt Magst du Pillen nehmen? Aha War das nicht auch auf dem Bild? Warte, ich nehme mal ganz kurz Pillen Warte, jetzt sind wir aber nicht mehr verrückt Jetzt habe ich schon eine Pille genommen Okay Die Pille danach Ja Und wir wollten uns das nochmal anschauen Wir wollten uns nochmal das anschauen Den Zettel, okay Guter, guter Gedanke Lesen Okay Ok Der Der Rechts ist auf jeden Fall Andersrum Genau Der links erkenne ich es nicht ganz Warte, da war der Der stimmt glaub schon Der ist so Das heißt, wenn wir jetzt einfach drehen Ja, fertig War da noch was auf dem Zettel? Schau mal Da war irgendeine Tür noch abgebildet Mit so einem Schloss, glaube ich Das sah wie eine Mischung aus Schloss und Tür aus Wahrscheinlich ist die auch Vielleicht hier am Ende vom Raum Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da hinten gleich jemand steht Ja, ja, dass da gleich jemand rennt Aber hier ist es einfach dunkel Ich glaube, da können wir nicht weiter Warte mal Ja Wieso können wir die ausmachen? Das war Das hat wieder klack klack gemacht Ja Schau mal Schau es dir nochmal an Ja, schau mal Ah, da Fenster Offen, offen und zu Also in der Mitte Jo Oh Mann, oh nein, scheiße Scheiße Es geht nicht mehr nach links, oder? Es geht nicht mehr nach links Hier können wir nicht mehr raus Und jetzt? Und jetzt? Wir müssen da hin Willst du speichern? Wir werden verrückt, wir werden verrückt Scheiße Scheiße Alles gut, Bro Du musst unser Kind trösten Ich brauche beide Hände Ich muss sie fallen lassen Hammer ablegen Scheiße 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 Wir werden angesprungen Bestimmt, oder? Was sind das für Geräte? Das sind doch so Baby-Monitore, oder? Stimmt Und jetzt? Jetzt haben wir eins davon Und jetzt? Was ist jetzt, Digga? Was ist jetzt? Sollen wir den Hammer dann hier lassen? Was ist jetzt? Ne, den nimmst du mit Den müssen wir mitnehmen Den brauchen wir doch Kannst du nicht das Einhändige ins Inventar legen? Ja Okay Was machen wir mit dem Baby-Monitor jetzt? Da war was Ah, ne Okay Ich dachte gerade Okay, was jetzt? Was jetzt? Ich denke, jetzt können wir weitergehen Ich denke mal, wir haben das Rätsel in dem Raum gelöst Wird gespeichert Wird gespeichert, okay Okay Okay, das haben wir schon mal Das haben wir schon mal Das ist nur, weil es dunkel ist Hier haben wir safe alles gemacht, denke ich, oder? Wir haben doch den Garageschlüssel Ja, hast du den im Inventar? Den hast du im Inventar, oder? Alter, ja, stimmt Alles klar Okay Alles klar Wollen wir hier rein? Ne Was ist da? Ne Es ist viel zu dunkel, Digga Es ist viel zu dunkel Wieso lässt du es oft? Jetzt kommt da so jemand rausgerannt, gell? Scheiße, Digga Okay, okay Das hier im Bad haben wir noch nicht getriggert in dem Speicherstand, ne? Da, wo es so flimmern Sollen wir es mal machen Ja, jetzt nicht erschrecken Also da, ja, darf uns jetzt jemand Nicht erschrecken, da springt uns jemand an Achtung Gibt es hier noch Spiegel? Warte, jetzt müssen wir hier weg Ja, wie laut Ja, beruhig dich Beruhig dich Beruhig dich Alter, wie laut Beruhig dich Das ist ultra laut Margarita, beruhig dich Okay Hier gab es keinen Spiegel, ne? Ich habe keinen Spiegel gesehen Nee Ja, ich weiß jetzt nur noch diesen einen Spiegel, wo wir eh reingegangen sind Das war der bei der Garage Aber da würde ich nicht wieder rein Oben haben wir noch nicht geschaut nach Spiegeln Hier? Und hier haben wir noch nicht geschaut nach Spiegeln, ja Da unten würde ich nicht mehr rein, genau Also vorerst Hier wird wahrscheinlich kein Spiegel sein Hier haben wir ja den ersten Wir werden verrückt Ja, weil wir im Dunkeln sind Okay Okay Wieso ist die Tür jetzt eigentlich zugeschlossen da? Da hast du den Spiegel Okay, Leon Okay Willst du da rein? Wir müssen, Bro Wir müssen, oder? Let's go Scheiße, Mann Okay Scheiße Im Keller liegt ein Toter Wieso kannst du die Bilder wegnehmen? Wahrscheinlich ist hinter den Bildern was Da ist bestimmt irgendwas, ja Oh Mann, diese Geräusche, Digga Auf der anderen Seite sind auch noch Bilder Oh, Digga Alter, sowas nenne ich Kunst Ich hole mir per Importmonae Bilder Topmodels haben von mir Gehen wir wieder, oder? Oh Mann, oh Mann, oh nein Oh Mann, nee Was war da? Was war das? Ich dachte, da ist ne Digga, was ist das für ein Raum? Stell dir vor, das wäre dein Hier sind noch mehr Bilder Ja, ich mach hier mal zu Stell dir vor, das wäre dein Musikstudio Da ist irgendein komischer Schatten Da ist ein komischer Schatten Wo denn? Siehst du es? Hä? Von was kommt das? Da oben links ist was, ne? Okay, geil Alter Junge Ich glaube, irgendein Bild davon wird uns anschreien Glaubst du, wir müssen alle abnehmen, oder? Ja, ich glaube, ja Digga Wir spielen jetzt ein Spiel Warte, vielleicht ist auf der Rückseite von dem Bild auch irgendwas Vielleicht müssen wir in Schlüsse, oder? Interagieren Interagieren Hier kannst du wohl ein Bild aufhängen Wir müssen drei Bilder aufhängen Wir müssen die drei richtigen Aber woher wissen wir welche? Und wir können auch die am Boden nehmen Woher wissen wir welche? Boah, das ist jetzt ne richtig gute Frage Wo könnte, wo könnten Hinweise sein? Lass mal überlegen Warte, ich übernehme mal Sind hier irgendwelche Sachen an der Decke? Der Joghurt mit der Ecke? Alter Ich lass dich mal ganz kurz alleine Ich plünder meinen Kühlschrank und hol ne Banane Alter, ich hätt auch gern deine Banane Sorry Ich dreh mal Warte, wie kann ich das drehen? Ah, so Oh, mein Meine Maus ist so langsam Okay, nee Das ist nur zum Aufhängen Dieses, was da so glitzert Glaube ich Zumindest Wie droppe ich's? Ah Okay, mit F Was könnte die Kombination sein? Ich schau mir mal die Bilder Okay, das ist diese komische Frau Ah, ich hab leider Haben die Bilder was miteinander zu tun vielleicht? Alter, geil Alter, geil Gönn dir Ich schau mir grad die Bilder an Ob die was miteinander zu tun haben könnten Müssen wir drei gleiche finden einfach nur Weil hier sind zwei gleiche Der Chat meint doch, dass das Rätsel anscheinend richtig, richtig schwer ist Und da wär die Frau Und da wär die Frau Wenn du das jetzt löst, Digga Dann lade ich dich auf McDonalds ein Also es kann nicht so einfach sein wie das hier, oder? Das kann eigentlich nicht so einfach sein Das wär ja richtig dumm Dann ist der Chat ja ganz schön dumm, wenn das klappt Einzelne Chat, wenn Leon gemein ist Ups Nichts passiert Irgendwie sieht das nach einem Muster aus Aber in diesem Zimmer scheint wirklich so gar nichts weiter zu helfen In diesem Zimmer Also müssen wir in ein anderes Zimmer Bilder von dem Gang Mal vielleicht Sind es andere Bilder im Gang, die ich abgehängt hab? Ähm Das war auch im Gang Die Art Bild Muster Nach einem Muster Sieht nicht nach einem Muster Oder sieht nach einem Muster Was für ein Musterfahrt? Ja Muster Ich bin ein Musterschwiegersohn, Freunde Ich glaub, wir müssen woanders dafür, ähm Eine Lösung finden Vielleicht die Bilder Da hängen drei Bilder Hier hängen auch Bilder Okay Das ist schwierig, Digga Oh, Alter Mein Herz, Digga Spiel doch nicht Wer klingelt da? Klingelt Wer klingelt denn um die Uhrzeit? Ist die Oma noch da unten halt, ne? Wahrscheinlich Unser Gehirn wird wieder verrückt, ne? Weil wir im Dunkeln sind Immer, wenn wir hier lang gehen, passiert das Der Gag wird langsam alt, Mann Gag, haha Hier ist noch die Bilder von der Toastricht Aber die können wir nicht nehmen Nein, nein Aber irgendwo anders müssen Hinweise sein, denk ich Ding Dong Hat's gemacht, ne? Ich dachte, da steht jemand Sollen wir an die Tür? Ja, sollen wir das mal probieren War die da? Ich hab keine Ahnung, bei welcher Wir werden verrückt, wir werden verrückt gerade Weißt du auch warum? Die Oma holt uns Ah, hier war die Tür Ja Ah ja, tatsächlich Scheiße Da steht tatsächlich jemand, Bro Und zwar die Oma Scheiße, da ist die Oma Ja? Ja? Oh, sie ist weg Es ist dunkel Ist in der Marsch mit Toilettenpapier Mhm, 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 mhm Die Oma Ich will doch einfach Als ob du nicht einfach die Scheibe einschlagen kannst Und weggehen kannst Das sind zwar Gitter, ja Aber Oder das Türschloss einfach abschlagen Stimmt Oder hier einfach alles zerstören Ja Was war das? Ich weiß Was ist das? Ding Dong Boah, das ist nicht einfach das Spiel, ne? Nee Nach was suchen wir denn auch? Ich verstehe nicht nach, was wir suchen Ja, ich weiß es nicht Wir werden verrückt, wir werden verrückt Irgendwas passiert hier Ah, das heißt der Das ist auch so ein Machst mal die Bahn Ja Weil sonst Da ist noch eine Uhr, ne? Okay Die läuft nicht weiter Lol, okay Das war vorhin auch nicht da, ne? Dieser Schlösser davor eigentlich Stimmt Ja Boah, ich sag dir ehrlich Ich hab keine Ahnung, wie es weitergehen soll Da ist die Oma drin Naja, oder auch nicht Oder auch nicht mehr wahrscheinlich Wollen wir mal den Chat fragen Oben waren wir, glaub ich, noch nicht Oben waren wir, glaub ich, noch nicht Chat hilft uns Auf der zweiten Ebene Hier Nein, nein, nein Da, wo wir grad eben waren Okay Bei der Eingangstür Waren wir noch nicht oben Oben Und haben nach Spiegeln geschaut Okay Gut, dass du wiederholst Oben Oben Scheiße Was? Scheiße Es ist dunkel geworden Wir gehen einfach in unser Kinderzimmer Okay Oder Ist die grad näher gekommen? Ist die grad näher gekommen, die Puppe? Wer denn? Da, die Puppe Die ist doch gerade zu uns gefahren Oder bin ich Ich bin zu paranoid, glaub ich Gerade Nein, nein, nein Die ist nicht zu uns gefahren Bro Es ist komplett dunkel Ich weiß nicht weiter Ich weiß nicht weiter Keine Angst Wir werden schon eine Lösung finden Hier irgendwo ein Spiegel Finden Digga In diesem Haus Würde ich nicht wohnen wollen Wollen wohnen Nope Hier Hier ist ein Spiegel Alles klar Alles klar Alles klar Okay, okay Okay Das ist ein Gang, oder? Das ist einfach nur Was ist da? Da ist irgendeine Falle im Boden Oder so Kann das sein? Scheiße 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 Was jetzt? Was jetzt? Wir müssen uns den Boden kaputt machen Der Boden sieht aus, als könnte man ihn ziemlich leicht aufbrechen Los, komm Los Mach weiter Mach weiter Mach weiter Die kommt Die kommt Die kommt Die kommt Die kommt Die kommt Schneller Mach du es schneller Digga Als ob der so lasst Alter, ich gucke Du bist jetzt im Untergang geweiht Och Mann Die Oma Die Oma Die Oma 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 Wir machen das nochmal, Digga Ja, ja Okay, Bro Bist du bereit? Ich bin bereit Wir sind verrückt Denk, kommst die Oma immer? Frage ich mich Oder nur, weil wir zu verrückt sind Und deswegen brauchen wir auch zu lange Let's go Fang direkt an zu schlagen Ja Ich drehe mich gar nicht um Ja Zack Zack Komm Alter Wie langsam Digga Das wird doch niemals reißen Es reißt, siehst du Hör nicht auf die Ater Nicht auf die Ater Nicht auf die Ater Jetzt da oben die Oma, oder? Und guck runter Ja Da ist sie echt Hä, Oma? Kommst du da nicht runter, weil du zu alt bist? Ja, du Alte Ja, hau mal lieber ab Ja, hau mal lieber ab Wiederhol einfach alles, was du sagst Was ist das, Digga? Oma, hä? Alter, wir haben die Oma in die Flucht ge... Hängt... Da hängt jemand Da hängt jemand, Digga Das haben wir vorhin im Spiegel gesehen Da hängt nicht nur jemand, Digga Da hängen ganz schön viele Wir sind eh bewaffnet, Bro Setz dich auf den Stuhl Was steht da? Lesen Gehen wir auf Lesen Inmitten eines nie enden wollenden Traums Ein zweisätiger Mond, der in einem Nebel verschwindet Legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten Alter, so wie ich, jungfräulich Feuerzeuge, ja! Alter, ja! Jetzt können wir in den einen Raum gehen Mit der Kerze wahrscheinlich auch Da stand doch... Oh, nee, ich dachte gerade, Digga Hast du Feuer, ha? Hast du Feuer? Vermeidest du, solange im Dunkeln zu stehen Warte mal Wie kommen wir jetzt wieder hoch? Und was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen hier irgendwo weiter, oder? Wir können, glaube ich, gar nicht hoch Warte kurz, bis wir Resettet sind mit dem Roten Okay Wieso ist die Musik und Atmosphäre gerade einfach weg? Was war das? Weiß ich nicht Man hat nur noch die Fliegen Okay, jetzt Aha Irgendwas passiert jetzt Ja Scheiße Lol Ah, du hast es eingesteckt Wir müssen safe da irgendwo weiter Da ist ein Licht, oder? Ah, nee, das ist der Licht Das Licht für den Stuhl Was war das? Wir werden sterben Auf dem Boden Auf dem Boden, vor dem Stuhl Boden Okay Auf dem Boden, vor dem Stuhl Inventar, wir werden verrückt Wir werden verrückt Irgendwas passiert Ich weiß, aber ich muss die Kerzen nehmen Steck sie ein, steck sie ein, steck sie ein Steck Scheiße, ich brauche beide Hände Hier hin Wir müssen hier hin Kannst du nicht das Inventar öffnen Und einfach reinklicken? Ist schon voll Ah Unser Inventar ist voll Okay Ich Dann lass die liegen Ja, lass die liegen Alter, was? Immer Cranker Crank Was passiert hier? Da müssen wir wahrscheinlich wieder rein, oder? Was? Ne, das ist unten Ja Das ist einfach nur der Lichtstrahl für den Stuhl Da ist ein Rad Was passiert hier? Ich weiß es nicht Das ist ein Rad Der Mechanismus ist kaputt Reparieren wir ihn Wir werden verrückt Wir werden gerade verrückt Wir werden gerade verrückt Mit Gehirn sogar Das heißt, die Oma sticht uns gleich wahrscheinlich wieder ab Was soll ich denn machen? Haben wir keine Pillen mehr? Doch Soll ich schnell Pillen nehmen? Ja, nimm, nimm, nimm Auf jeden Fall Was soll ich jetzt machen? Was soll man hier machen? Der Mechanismus ist kaputt Sind das Button? Sind das Knöpfe, wo du draufkommst? Dachte ich auch gerade, aber Ah Da kommt man nicht hin, oder was? Doch Aber irgendwie auch Nee Bringt es nichts Hä? Hier Aha Die Kurbel fehlt Die Kurbel fehlt Da fehlt auch eine Kurbel Wir brauchen also eine Kurbel Wir müssen eine Da, da, auf dem Da, vor dem Auf dem Dings Da ist eine Kurbel Ja Mechanische Kurbel Okay Und was jetzt? Ach, das sind die Seile, an denen die hängen, oder nicht? Stimmt Okay Ich nehme gleich noch mal eine Pille Boah, jetzt wird es richtig brutal, Leon Jetzt sind wir am Sweat Müssen wir mehrere Kurbeln finden? Wahrscheinlich, oder? Wir haben die Ah, nee Okay Okay Schalten wir also alles erstmal an, so gesehen Ja Hier, nächste Kurbel Stark, stark, stark Nächste Kurbel Nächste Kurbel Come on, come on Come on, come on, let's go Let's go Sind alle an? Nee Hier ist noch was Andere Seite Wahrscheinlich, ja Und jetzt noch die Seite Dann müssten aber alle an sein Wir werden verrückt Wir haben keine Pille mehr Das ist ja hell genug Wir haben noch Pille Ich nehme welche Und was jetzt, Digga? Willst du mal runtergehen und schauen, ob da Welches setzt der Mechanismus nicht mehr defekt? Nee Scheinbar nicht Ich würde mal runtergehen und schauen, was in der unteren Ebene jetzt passiert ist Okay, gehen wir runter Also ob es da irgendwelche Signale gibt Du schaffst es Wir werden verrückt, du musst dich beeilen Ja, ja, ja Mach du weiter, bitte mach du weiter Du schaffst es Bitte mach du weiter Bitte mach du weiter Mach du weiter, bitte Mach bitte du weiter Du schaffst es, Leon Komm Alle glauben an dich Aber was muss ich denn machen? Mach du weiter, bitte mach du weiter Was soll ich denn machen? Keine Ahnung, laufen Neben Du schaffst es schon Du bist jetzt schon fast da Siehst du, Leon, du schaffst es Ich kann es nicht Du schaffst es Du kannst es Ich kann es nicht Komm Ich kann es nicht Komm Siehst du, du kannst es Weiter, weiter, weiter Hallo Freunde Komm, komm Sehr schön Hallo Freunde, hallo Freunde Wir haben schon unser Video geliked Und unser neues Video gesehen Was müssen wir jetzt machen? Das ist die gute Frage Das sind Augen auf den Leichen Was? Das sind so Zettel drauf Zettel? Schau mal Hier Ah, lol Das scheint dein Auge darzustellen Ah, da wo die hängen Wo Augen dran sind An und das andere aus Bin ich mir sicher Gibt es Leichen, wo keine Augen dran sind? Oder Ne, ist es nur Was ist das? Schmetterling? Schmetterling Schatten Scheint kein Schatten darzustellen? Digga, was denn das Diese Zeichnung scheint gar nichts darzustellen Ich glaube, alles was keine Augen sind Müssen wir ausschalten oben Totenkopf? Totenkopf Oder alles was nichts darstellt? Ne, nur mit der Lichtquelle Ja Scheint gar nichts dargestellt zu sein Das heißt Heißt die alle nicht Wir werden richtig verrückt Jo Welche waren es? Welche waren es? Warte Ich heal mich hier kurz Heal Achso, im Licht meinst du Genau Also es war bis jetzt Der ganz vordere Mitte Ne, die waren alle Die waren alle nicht Ne? Ja, genau Also das meinst du wahrscheinlich Der hier Rechts Mitte War nicht Ja, wo Wo sind Augen? Das ist ein Auge Auch nichts Ne, gar nichts Das heißt hier links Der ist ein Auge Der Verstand nimmt rapide ab Jetzt helfen nur noch Tabletten Um bei Sinnen zu bleiben Die haben wir nicht Okay, wir werden jetzt gleich Den größten Jumpscan In dem Leben Wir sind richtig paranoid Ja Du machst das schon, Leon Ich geh mal kurz pinkeln Spaß Das bist du einfach Okay Das sind nur die zwei hier links, oder? Es ist der und der danach Und der dahin Oder? Ja Da war nichts Da war nichts, oder? Da war doch kein Auge Ne, da war kein Auge Oder? Ah, du meinst nur die mit den Augen hochziehen Nur mit den Augen, genau Warum? Warum sollte ein Auge sein? Das sind Augen Und das andere waren wie so Schatten Und Totenköpfe Da war ja auch Schatten Und Schmetterling Und so Das war alles schwarz Ich dachte, wir müssen jetzt die Wo dieser Zettel scheint Nichts darzustellen Dass wir die wieder hochziehen Dachte ich Das können wir halt als nächstes machen Ja, das stimmt auch Okay, dann probier das mal Okay, dann Digga Digga Aber welche waren das? Darauf habe ich jetzt nicht geachtet Ich habe nur auf die mit den Augen geachtet Dann mach du erst eben Mach mal deinen Plan Ja, aber das macht keinen Sinn Weil das viel mehr sind Die hochgezogen werden müssen Machen wir erst mal deinen Plan Das ist keiner Der hier und der da drüben, oder? Ich mach's nicht Aber ich bin gerade erschrocken, Digga Okay Wir werden halt sowas von drauf gehen Wir sind so tot Der hier, ne? Nicht der, nicht der, nicht der Nicht der, nicht der Der hier, ja Okay, ich weiß jetzt was Ja, und der gegenüber so gesehen Die da, gell? Nein, nein, eins weiter Eins weiter, eins weiter Eins weiter Aber der war's auch Ja, die Ecke Es waren drei Auch? Ja Ah, es waren drei Okay, ja, dann ist es der auch Wenn du's sagst Wir werden sterben Jupp Und, macht's was? Gute Frage Nächste Frage Wir werden sterben Wir gehen so drauf jetzt Wir gehen so drauf Einfach ins Licht Schnell ins Licht Ist es genug Licht? Frag ich mich Es hat nichts gebracht Dann müssen wir jetzt noch mehr Weg machen Und welche? Alle, bis auf die zwei Wo du grad hinschaust Sicher? Ne, nicht sicher Es kann auch andersrum sein Dass wir nur die Augen hochziehen müssen Mhm Aber ich Warum sollten da sonst Augen sein? Ich weiß es nicht Wenn man nicht sehen sollte Mit Licht und so Und das andere Schatten und sowas True Das heißt wir machen meine wieder runter Und deine hoch Ne, ne Die bleiben oben Nein, andersrum Die Meine zwei bleiben Und der Rest Geht hoch Also die zwei in der Ecke Da Ja Lassen Okay Und der Rest Alles wieder hoch Die zwei dahin Ja Also der weg Weil warum sollten sonst Augen Hinweis Vermeide es Im Punkt hinzustellen Ja, Digga Wir kriegen so oft die Benachrichtigung gerade Kann man hier Kerzen anmachen? Wir haben noch ein Feuerzeug Wir werden sterben Ja 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 Und noch der Und dann haben wir es Das ist der Stuhl Ne Nicht der Nicht der Ich glaube wir werden sterben Irgendwas verfolgt mich, oder? Was warst du jetzt noch? Was warst du jetzt noch? Nichts mehr? Ne, es warst Ich weiß es nicht Ich habe es nicht gesehen Schau unten nach Wenn es geht Wenn wir nicht tot sind Wenn wir nicht tot sind Ja Ich merke es Ich merke es Scheiße Scheiße Bisschen im Licht Jetzt kann nichts mehr passieren Freunde Das sagst du so leicht Die zwei sind es und? Der Stuhl So wie du es wolltest Kein anderer Okay, das ist falsch Ich weiß es nicht Ich verstehe es nicht Ich verstehe das Rätsel nicht Die sind mir zu komplex Die Rätsel Die sind mir viel zu komplex Weißt es dir irgendjemand? Bitte Weißt irgendjemand was richtig ist? Vielleicht auch alles mit Tieren und so an? Da waren Schmetterlinge, ne? Da waren Schädel Scheiße Scheiße Du brauchst sie nicht aufbauen Die können wir eigentlich wegmachen dann Hat jemand Hat jemand Das Rätsel für uns gelöst? Das zweite von der ersten Reihe Muss zu sein Dann müsste es geschafft sein Das zweite Also doch Also so wie wir es gerade hatten Das hier zu Und Ich mache jetzt nochmal die zu Wo wir aufgemacht haben Ja Und dann schauen wir uns nochmal Unten um Okay Ja Was passiert? Okay Irgendwas ist passiert Warte, warte Dein Charakter hat nach unten geschaut Oder was? Ja, ja, ja Wir müssen runter Ganz schnell Okay, okay, okay Oder was tut es mit der Maus? Nee, nee War ich nicht Ja, ja Wir können da rein Das ist ein Loch Okay, let's go, oder? Was ist es jetzt an? Scheiße, scheiße Ich hätte gerne geschaut Was an war Um es zu checken Scheiße Und jetzt sind wir gefangen Oder was? Oh Ah, nee Da geht es weiter Okay, okay Okay, stark, Alter Wir haben es geschafft Ja Aber, Digga Kurios, kurios Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Kann uns jemand aufklären? Bitte einmal in die Kommentare schreiben Bei dem Video Danke Kurze Zwischenfrage Wie lange willst du noch machen eigentlich? So bis 11 Boah Boah Geile Frisch Zwischenfrage, Mann Alter Sorry, Mann Sorry, Mann Nein, jetzt müssen wir alles neu machen Alter, als Oh Scheiße Bitte lass der Letzte automatisch Oh mein Gott Mann Bitte, bitte, bitte Bist du sei da gespeichert, wo wir runter sind Das darf jetzt nicht wahr sein Wir müssen das Rätsel von vorne machen Nein, oder? Warte Nee, ist es offen? Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Scheiße, Mann Oh mein Gott Haben wir die Pillen? Jetzt haben wir die Pillen aber wieder Jetzt dürfen wir sie nicht verschwenden Was war es jetzt? Jetzt haben wir wenigstens ein VOR-Ehrzeug Was war es? Scheiße Komm, wir machen das schnell noch mal Ja, komm So, den Zettel Den dummen Zettel Die Kerzen noch mitnehmen Stimmt Und dann können wir die vielleicht sogar gleich verteilen Vermeide es zu lange im Dunkeln zu sein Wir werden gerade verrückter wieder Alter Junge WTF Die könnten wir ja nicht mitnehmen Genau Jetzt sind wir deswegen draufgegangen Scheiße Jetzt habe ich sogar den Hammer Den Hammer Du bist ganz schön Hammer Kann ich hier Ähm Die Leichen einfach anzünden Ja Das wäre natürlich krass Nee, gibt's hier Irgendjemand meinte, wir sollen hier Kerzen verteilen Stimmt nicht, oder? Es gibt doch gar keine Ständer Was Was hatten wir jetzt offen? Okay Ich weiß es nicht Wir hatten Warte Okay Die ersten von allen Reihen Die Augen hatten wir Das zweite der ersten Die ersten von allen Reihen Zumachen Ja Warte mal Dann Das zweite der ersten Reihe Und das letzte von der zweiten Reihe Okay Okay Du weißt es Und das erste von der dritten Reihe Die ersten von allen Reihen Also es geht darum, welche Okay, ich nehme jetzt Pillen und dann geht es ab, okay? Dann geht es richtig ab Okay Was müssen wir machen? Wir brauchen erst diesen Regler Stimmt Der ist in der Mitte Beim Stuhllichter Die müssen alle zubleiben Äh Von der Dann das zweite der ersten Reihe Und das letzte von der zweiten Nee, das bleibt aus Okay Oder? Welche müssen wir anmachen? Ist jetzt die Echt? Geht das? Okay, die ersten von allen Reihen zumachen Dann das zweite der ersten Reihe Was will ich jetzt probieren? Was geht? Kann ich die Kerzen einfach Lol, das geht halt echt Ah, geil, okay Oh, was Ah, nice, okay Warte Jetzt Feuer zurücknehmen Warte Wo ist die Kerze? Okay Dass wir Licht haben Wir müssen noch fallen lassen, oder? Geil Okay Ja, nice Gut zu wissen Okay Die ersten von allen Reihen zumachen Dann das zweite der ersten Aber die sind alle zu Warte, bleib mal so stehen Bleib mal ganz kurz stehen Erste, die alle Achso, so meinst du Reihe? Ja, so? Ich dachte jetzt, dass Von links nach rechts ist die erste Reihe Das hier ist die erste Reihe Ich glaube, er meint die hier Meinst du meine erste Reihe Oder Saschas erste Reihe? Aber das zweite Dann das zweite der ersten Und das letzte Warte Dann das zweite Ich glaube, er meint doch deine Von links nach rechts Alle zumachen Eben Okay Also war richtig Die sind ja zu Allen Reihen zumachen Dann das zweite der ersten Reihe Und das letzte von der zweiten Reihe Also Das hier zu Das heißt Äh Das zu Was? Und dann Das zweite der erste Und das letzte von der Warte Die müssen noch zu Von der ersten Reihe Dachte ich Warte, nicht so lange im Ding stehen, Leon Ja, sorry Die erste Reihe Boah, das tut weh, Alter Dann hilf uns doch Ach so Baby Katzenkratzer Okay, sorry Die anderen, die nicht gehören, müssen offen sein Bei Google angegeben ist eine Spielzeit von 18 bis 20 Stunden Ich sage, wir brauchen mindestens eine Woche Am Stück aber Am Stück aber Wenn wir durchspielen Das kann doch nicht wahr sein Warte mal Also Jetzt müssen wir Was müssen wir machen? Warte Lass mich mal was ausprobieren, okay? Oh je Das kann ja nichts werden So ein Ein netter Junge Danke mal Ich probiere mal, ob meine Theorie aufgeht Okay Einmal Du bist so ein Netter Sohn einer Mutter Eine sehr, sehr, sehr netten Mutter Den nicht zu machen Den Den Okay, meine Theorie stimmt nicht Warte, wo ist der? Nee, das stimmt nicht, ne? Lass mal nochmal ganz kurz zum Licht Wir werden nämlich Jetzt helfen nur noch Tabletten Nein Welche davon Ist eins zu viel wahrscheinlich an, oder? Oder bin ich dumm? Ganz schön dumm bin ich Den letzten der zweiten Reihe zumachen Okay Der hier zu Dann ist alles richtig Ja Ja So, jetzt gucken wir gleich nochmal Was alles an war Jetzt nehmen wir noch eine Tablette Vielleicht verfolgt uns dann die nette Frau nicht Ja, stimmt Und dann gehen wir da runter Und rennen durch Ja, Mann Okay Okay Auge, Auge ist da Das heißt, Auge Auge Und Ist das ein Auge in der Ecke? Ah Und Schatten Schatten Auge, Auge Auge, Auge und Schatten Okay Interessant Zweiseitiger Okay, gehen wir einfach Alter, wir sind wieder verrückt Jetzt bitte schnell Sollen wir einfach rennen, oder? Ja Ich nehme einfach auch mal eine Pille Vielleicht Ja Jetzt bitte nicht sterben Bitte nicht Bitte diesmal nicht Aber jetzt müssen wir es ja Auge, Auge Wir sollten eigentlich speichern Auge, Auge Wir sollten eigentlich speichern Auge, Auge, Auge Schatten Auge, Auge, Auge Jetzt sind wir hier Jetzt sind wir hier Nein, Digga Es wird immer schlimmer Ah, lol Aber Irgendwas ist anders Es ist hell Heller Da ist ein Spiegel Wollen wir den kaputt machen? Scheiße, dein verstandenen Trapide ab Hier konnten wir ja hoch, ne? Ja Nicht automatisch speichert werden Bei Bedarf Okay Okay Oh, 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 oh Da ist sie Sie holt uns Sie will uns holen Sie will uns holen Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nimm eine Pille, nimm eine Pille Ich hab keine mehr Geht das? Ich hab keine mehr Scheiße Die Flasche ist leer Sie wird uns gehen Wir sind tot Wir sind tot Rennen weiter im Kreis Die Tür ist auf Die Tür geht auf Wir sind tot Wir sind tot Wir können nichts machen Oh, oh Oh, Alter Oh, okay Oh, okay Oh, den Druck haben wir gespeichert, Digga Alter Bro, lass uns hier die Folge beenden von dem Spiel Ja, hätte ich auch gesagt Hätte ich auch gesagt Bei mir ist echt Ich brauch nämlich eine Anni Gerade die Luft komplett draußen Das Spiel ist viel zu schwierig für uns Wir sind zu dumm für das Spiel Wir müssen nur noch auf Mr. Deadpool hören Wir brauchen eine Schrittanweisung Ja Einzeln Und selbst dann schaffen wir es nicht Schön Zelda nach Schritt an Schritt an So ein Walkthrough Ja, Mann Mit dem Buch, Digga Sogar Lösungsbuch Ja, ja, ja Das weiß ich auch noch Lösungsbücher Die fetten Schinken, Digga Alter, das war immer geil Richtig große Bücher Freunde Wenn es euch gefallen hat Dann lässt auf jeden Fall den Daumen nach oben da Und Vergesst nicht das Abonnement Und schreibt auf jeden Fall Dumm in die Kommentare Ihr seid dumm Mal schauen, wer es richtig schreibt Krank, Freunde Bis zum nächsten Mal Tschüss